verdammt es müsste die richtige menge noch mal an einer feurigen stelle das video bevor ich das wasser reingetan habe da war noch zucker eis und kakao drin naja eigentlich war was anderes drin aber das war braun das ist das gemische ist jetzt rot verdammt so hier sehen wir jetzt ein konstrukt hier sehen wir jetzt ein konstrukt das er was zum warum passiert hier nicht wenn es doch eigentlich was passieren hier sehen sie jetzt hier ist wie der sasser aufschäumt darin kann man sich sogar wärmen das kalt kalt das kaltwasser schwimmt jetzt auf thomas thomas wach auf wer läuft Hey, life! Das war wirklich interessant, dieser Vorgang, oder? Ein wirklich interessanter Vorgang. In diesem Modell ist jetzt etwas mehr Flüssigkeit drinnen, und, und, hier, sie bewegt sich, und da ist Raum zwischen diesen beiden Bereichen. Und, ja, mit diesem Modell verdeutliche ich den Energiegewinn durch die stille Verbrennung von Nährstoffen. Also, hier ist schon ein bisschen heiß, auf jeden Fall. Die stille Verbrennung von Nährstoffen sieht hier schon mal wahrlich interessant aus. Wie ist das? Das ist ein bisschen. Thomas, weißt du, was ich hasse? Ich bin hier. Ja. Wenn du jetzt ganz raus nach Kellehrechstinkler. Aber wie lecker ist, die Killehrechstinkler. Der Kellehrechstinkler wird hier. Vielen Dank.